Thomas, ich höre jetzt zur Tabla eine Kaupel, das ist doch sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist das sehr ungewöhnlich, weil hier treffen zwei Kulturen aufeinander, die indische und die Latin-Kultur. Die Kaupel entstand ja der Latin-Musik und die Tablas der indischen Musik. Was ich jetzt versuche, ist eine Verbindung herzustellen, indem ich einer Tabla-Komposition, einer Kaida, einen sogenannten Klavorythmus unterlege. Weil, was in Latin-Musik-Klave heißt, spanisch Schlüssel, der Schlüssel zur Latin-Musik ist, ist in der indischen klassischen Musik die Thala, der rhythmische Zirkel, das Fundament. Und meine Idee ist, dass dieser Klavorythmus auch in dieser Tabla-Komposition zu finden ist, dass wir also eine Verbindung herstellen können zwischen indischer Musik und Klave. Zur Wiederholung demonstriere ich jetzt nochmal den Klavorythmus. Es handelt sich hier um den Son-Klave. Es gibt verschiedene Klaves. Hier in dem Fall ist es Son-Klave in der Form 3-2. Klave ist immer zweitaktig und 3-2 bedeutet, im ersten Takt befinden sich drei Noten, im zweiten Takt 2. Und diese rhythmische Grundformel ist der Musik unterlegt. Auf sie baut sich der Rest auf. Ich demonstriere jetzt mal den Son-Klave 3-2. Im Viertel, Metrum, das heißt ich zähle vier Schläge im Takt. Und klatsche dazu den Son-Klave 3-2-1-2-3-4. Jetzt war die Idee, um den ganzen mehr Flow zu geben, dass ich diesem Klave Connachols unterlege, um in kleinstmögliche Unterteilungen zu kommen. Wir verwenden wieder unsere Connachols Takete Takadimi. Ein neues Connachol kommt dazu. Takke. Wir haben jetzt eine rhythmische Phrase Takke. Zwei Noten. Takke. Jetzt noch Son-Klave. Wieder in Vierteln gezählt. Mit Connachols. Eins. Eins. Zwei. Drei. Taki. Taki. Taka. D Whisper Takadimi. Taka. Daka. Dami. Taka. Dami. Taki. Taki. Taka. Dimi. Daka. Damih. Taka. Ich demonstriere den Son-Klave à la Breve, das heißt im schnelleren Tempo. Da Latine Musik ja sehr oft in schnellen Tempos vorkommt. Allegro, voraus das Tempo. Jetzt wenden wir das Ganze auf dem Instrument an, der Conga. Wir spielen den Klave mit der Kaubel im Fuß, sprechen die Connacols und umspielen den Klave auf der Conga. Ich baue das Ganze mal auf mit Fuß und Connacols. Wir spielen den Klave mit der Caubel im Fuß, das Ganze mal auf mit Fuß und Öl und auf mit Fuß. Untertitelung des ZDF, 2020